Der Funktionsdienst Anästhesiepflege ist ein Team aus verschiedensten Berufsgruppen. Für dieses Team suchen wir Verstärkung. In der Anästhesie gibt es die verschiedenen Funktionsdienste. Das wären zum einen Gesundheits- und Krankenpflege, mit und ohne Fachweiterbildung, die ATAs und Notfallsanitäter. Vom Intensivpatienten bis zum ambulanten Patienten betreuen wir hier alles. Also wir haben Dreischichtbetrieb, wir haben Frühdienst, Spätdienst und Bereitschaftsdienst. Ich liebe, dass ich immer was Neues lerne. Wir haben hier im Klinikum ein breites Weiterbildungsangebot. Wir haben alle Möglichkeiten und das für mich spielt eine große Rolle. Wir haben unsere Narkosegeräte, wir haben unsere Perfusoren, unser Monitoring und unser Davidschi, den Roboter. Er macht immer Spaß. Wenn Sie glauben, dass Sie zu uns passen, würden wir uns über eine Bewerbung von Ihnen sehr freuen oder auch über eine Anfrage bezüglich einer Hospitation bei uns im Team der Anästhesiepflege und der Städtischen Klinikums Karlsruhe.